Frau Giffey, Bürgermeisterin des Bezirks Neukölln, können Sie ganz kurz die Situation schildern, wie wir sie hier vorfinden? Ja, wir hatten einen Großbrand in der letzten Nacht im Seniorenpflegeheim in der Sonnenallee. Wir haben jetzt die Menschen, die betroffen waren, hier untergebracht in der Quartierssporthalle auf dem Campus Rütti. Jetzt sind 97 Menschen hier, die versorgt sind, sowohl von den Pflegekräften aus dem Heim als auch vom Deutschen Roten Kreuz. Wir sehen eigentlich die Situation jetzt als ruhig an. Alle haben entsprechend ein Feldbett, bekommen ihre Medikamente. Es ist für Frühstück und Mittagessen, für ausreichend Getränke und natürlich auch die sanitären Anlagen gesorgt. Unser Ziel ist, dass wir hier in der Mehrzweckhalle nur heute bleiben und dass die Menschen dann zurückkehren können. Es wird im Moment geklärt, ob wir in das Heim können. Das muss von der Bauaufsicht natürlich entsprechend freigegeben werden, auch nochmal von der Polizei. Und wenn das freigegeben ist, können die ersten vier Etagen genutzt werden. Die fünfte ist ja komplett zerstört. Das ist nicht nutzbar. Aber alle 97, die jetzt hier sind, könnten so die Freigabe erfolgt auch dorthin. Wenn das nicht so ist, sind wir dabei, Heimunterbringungen in anderen Heimen zu ermöglichen. Also natürlich erstmal in Neukölln und auch darüber hinaus in unseren Nachbarbezirken. Wir haben schon über 60 Plätze, klar, die wir nutzen könnten, wenn wir nicht in das Heim zurückkehren könnten. Und wir sind jetzt dabei, auch noch weitere zu organisieren. Ich hoffe natürlich, dass wir in das Heim zurückkehren können und die Leute wieder in ihren geregelten Tagesrhythmus auch zurückkehren können. Sie erhalten Unterstützung vom Deutschen Roten Kreuz. Wie ist da die Arbeit organisiert? Wir hatten heute Nacht 59 Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz im Einsatz. Es sind jetzt auch nochmal etwa 15 hier. Es hat auch gerade ein Schichtwechsel stattgefunden. Das heißt, die Menschen, die jetzt da sind, sind frisch, sind ausgeschlafen. Die anderen gehen jetzt schlafen. Und die Zusammenarbeit ist exzellent. Das Deutsche Rote Kreuz hat hier hervorragend agiert und uns wunderbar unterstützt in der Situation.